moin zusammen es geht jetzt in den challenge mode am zocker samstag und das wird mal wieder lustig mit den ganzen cursed possessions und wir haben lauter t3 items. kiki du weißt ja noch wie es geht ne? du und ich will machen das mit dem items zum geisterraum bringen und das küken macht da die fotos von den cursed und ghost highway vorbereitung. ich guck mal kurz wo der brekki ist. oh der ist im geiler ist es gut. guter spawn. foto vom geist her machen wir ja sowieso mit dem cycle. der kino hat das gar nicht eingesteckt. das ist einer. junge, junge, junge. ok wir breiten kurz vor und gehen dann rein. ok federmeister dann tobt dich noch aus. ich mach schon mal mr brekki an. eine liegt direkt an dem eingang die andere ist drinnen. aber ich schicke nicht. ich hausche einfach die hier. warte mal küken sag noch mal was. hört ihr mich? küken du musst schauen dass das mikrofon nah genug an dir dran ist sonst hört man dich nicht. hört ihr mich über b? äh ich hab dich aus über b. also äh du sitzt ja hinter mir deshalb brauchen wir das ja nicht. ja stimmt. ich hoffe du hören mich besser noch. sehr schön. sehr schön. kiki jetzt hörst du das küken besser ne? ja. ach ja mir fällt gerade ein. ich kann ja einen spiegel schon benutzen. küken ich lege den hier neben die laterne wenn du so machen willst. ok das ist... ist... ich glaube äh bei dem mailwing ganz hinten durch der raum ist das glaube ich. ich hab ein umgekipptes bett und zertifikate gesehen. also kiki äh oben links ganz hinten durch könnte der geist sein. ich gucke mal kurz. ähm ich schnapp mir... wo ist ein thermo? ein thermo? äh ich find leider grad kein thermo. wo ist das gelandet? warum kann man jetzt schnell laufen? du kannst doch sprinten. komisch. du musst sprinten drücken. mach ich auch. ah jetzt. ach ich muss das hier drücken. es könnte aber auch ganz hinten im femalewing sein. wie jetzt? also ich... das ist schwer zu erkennen. es ist entweder ganz hinten durch im mailwing oder ganz hinten durch im femalewing. ich geh erstmal im mailwing gucken. kiki guck du mal ob da so ein umgekipptes bett und zertifikate ist. in dem raum mit dem betten. hier? ne ne ganz hinten durch. where is the bone? hospital? 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 ja ja. warte auf die nummer. das ist unten links dann ein raum. kiki guck mal der hier könnte das sein. oh ich glaube ich hab was gehört. ja der raum hier ist es. okay. super. good boy! 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 good boy, good boy, good boy! der sagt dich good boy. er drückt ja nicht v da für. dann nimm das wort in die hand und geh mit dem wort einfach vor die tür. politiker? ja ja nimm das wort in die hand und geh damit aus der map raus. dann wird das auch deaktiviert, falls good boy nicht funktioniert. good boy! good boy! good boy! good boy! ever nice stay! good boy! oh junger sag doch nicht immer über v oder über b kannst du doch so sagen. ja du musst dich leise stellen. dann hört er dich schon nicht. ne ne der muss das schon über den äh gang da sagen ne. ja du musst dich auch leise stellen. ja du bist auf null. ich hab dich leise gestellt. du bist bei mir auf null. trotzdem bist du so laut. boah. ja ne dann ist er im discord wahrscheinlich laut. ja ne das ist ja das wort in die hand. okay kiki äh schnapp dir ein paar items ein paar beweis items für den raum. ich hab grüten. ich hab hier ein äh eine spirit box und ne uv und salz. so dann redet er die nur einfach wat weniger. kiki du kannst emf und so noch mitbringen und dots und ne videokamera. ich hab jetzt alles in der hand schon. ich hab jetzt uv licht. ich hab äh weiß ich nicht. das ist leider. das ist leider. das ist leider ein ziemlich weiter weg den wir hier laufen müssen mit dem geisterhorn. das ist lauter. du kannst mich. du kannst mich auch ein bisschen leiser stellen. jo du bist doch schon auf null junge. wie oft wo schon noch so. nein. auf discord. ja das weiß die doch nicht wie das geht. ach man. das kannst ja gleich machen wenn pause ist kurz hier bei mir. so dritter raum. so hat er die tür irgendwann mal angefasst vielleicht. nee noch nicht. okay das buch ist noch leer. ach jetzt haben wir zwei kameras. ah wusste ich nicht. sorry. where are you? where are you? are you here? wir haben uv. show yourself. are you here? show yourself. are you here? where are you? wir haben. wir haben. ja. ich hab noch bonus. okay. wir brauchen keine fotos mehr machen. fotos und voll. okay. wir brauchen jetzt noch. wir müssen mit mack ausschließen können. wir brauchen eine videokamera auf jeden fall. und dotz glaube ich ist auch noch möglich. naja dotz wäre möglich für phantom. ja obwohl ich und solch den kamera fotoapparat in einem speck rum lassen. ja kannst du ruhig den machen. küken du hast doch eine kamera da vorne bei den kürsten. ach scheiße ist das ja kein speck rum. ja. ja. ist eigentlich egal. kannst du ja auch so ganz ruhig wieder mitbringen. hast ja dann eh die hände frei. mache ich. denke ich auch. ich weiß nicht wohin damit jetzt. so. also videokamera und 2.2. und dort. nimm eine videokamera um beide dots mit. beide dots. ja. ich nehme einen sensor dann auch mit. und. wo sind die dots. naja. hier an der seite bei dem buch sind beide. diese großen. nur eins. die schränke. und zwei. beide mit. tust du da gegenüber auf die wenke. wende. 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 mag. die sensorne und das restliche salz ist noch am eingang. kannst du dich austoben. hm. habt ihr den geist schon. ähm. wir beide jetzt zwei beweise eben nur. das er am ende von ä ä ä ä ä ä ä ä ä ähhhh vier mal眄ätem偷 rausnek thor copyright box. wir heißen noch mal hier schwer veraron. damit spannender. ich hab ganz am ende vom mail ring ist er. mail ring ist er. ich kam nicht drauf. mein gott schlimme so wohin hast du ja hier die dort eine an die wand einer an die man einfach gegenüber oder die wände also zwei wände gegenüber einfach machen gucken wenn der dort zeigen würde oder waren sie gerade okay es ist ein fan ja aber doch ja es ist ein phantom oder lustig der wird gleich verschwinden wenn wir den im sammeln zeigen fotografieren ja haben wir wieder mal spezialeffekt da mit dem event bin ich ein bisschen leiser jetzt ja noch lauter das bringt nichts wenn du da irgendwas verstellst das muss die kiki bei sich umstellen ja sie ja ist ja real ist ja verstehe ich wenigstens auch so lange jetzt gelabert jeder mach lieber das ja okay dann sind wir soweit eigentlich schon fertig mit dem ganzen vorbereiten brauchen wir noch etwas für den geisterraum brauchen jetzt ein smudge für den speckraum und zwei smudges für den speckraum und ein smudge für an dem cycle wir brauchen noch taschenlampen ich tue einen smudge zum cycle das emf kiki kannst du zum speckraum bringen die fotokamera kannst du auch zum speckraum bringen bringt schon mal einen smudge darüber kiki du kannst auch wenn du willst später noch sanity und ein feuerzeug dahintun falls du den gleich anzünden willst im cycle ich will schon mal eine sanity zum summer night circle ich habe einen smudge oben auf dem dresen neben die klingel gestellt weil es so schön aussieht guck mal wie schön das aussehen ja ja die sehen schon schön aus nur die dinger sind vom gameplay her eben total unhandlich ich weiß ja ist das ja die haben auch schnell angezündet ja besonders du zündest ja so gern haben ja ich bring euch noch ein feuerzeug mit diese snap sticks ey uff die ziehen wenn man den schleicht ey die ziehen ziehen ja so wie die kameras die tripods weißt die machen das ja auch ja das t2 parabol glaub ich macht das ne ja aber wie je nachdem wie du es hältst ja heute der 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 ist zu uns gekommen nur uns ja klar ist ja ein phantom ist klar dass der zu uns kommen kann deshalb ist ja auch das kruzzi im speckraum der kann von da ganz hinten bis hier zu uns laufen das ist ja das coole an solchen geistern auf so einer großen map was war ich glaube wir haben so gut wie alles ja ich bringe doch kurz die tarotkarten zum speckraum dann können wir damit später noch hantieren ah ja und die monkey party müsste an die ausgangstüre dann könnten wir damit zur not nämlich auch abhauen lieben zu scheißen sie geister foto ja das machen wir ja jetzt ja machen das kannst du machen das foto und kiki macht den sammeln zeigt gleich an oder ja genauso machen wir das ja lass mich nur kurz hier die monkey pro evakuieren wenn ich sie so gerade ich bringe diese zeug hier es ist alles okay hat hier feuerzeug ist der kamera ist da ich bringe noch übergehen ich bringe noch die billen mit weißen sind auch das ist alles parat ich habe auch hier bei der klinge und bei dem amt liegen eine frage hat einer von euch bilden schon genommen weil ich kann auch hier und du musst gleich nur nehmen anzündet ist der rest ist ich habe ich habe eine genommen wegen dem budget natürlich ja okay dann komm her wir warten nur auf dich muss ja genau das ist ein bisschen besser an der küken geh du dann nahe hin und macht das foto sie hat jetzt schon drei kerzen du kannst schon rüber gehen wo muss ich drin ach so speckraum hier rüber knüten wegen dem foto hier hast gesehen sie ist verschwunden was macht ihr was macht ihr leck mich am arsch ey ich komm nicht weg Leute oh Mensch ich sehe sie nicht 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 aber krass jetzt aber krass jetzt mit der tür ey ich leck mich nicht ich bin schon draußen rumgelaufen weil die scheiß türkisch aufging wir zerren alle gleichzeitig an der gleichen tür alle steigst du kannst gleich mit kater seinem account da die tarot karten ziehen wenn der hand vorbei ist ich habe dir hier den speckraum gelegt ja sag ich und kurz sie ist ja hier falls der meint zu uns zu kommen ist ja kein problem ja dann tobt dich aus mit den tarot karten ok where are the cards die liegen doch hier oder i will i will see the cards ok ja tobt dich aus denk ich aber in den schrank i will get the tower that's really good and the hermit and and the wheel of fortune green and the death oh das war das kurze das kurze hat den hand geblockt kannst weitermachen der ist war wohl im raum die ganze wheel of fortune hier naja zum oh du kleiner pups gesicht kopf ja dann kannst du ja gleich sterben wenn du willst da oh ich glaube jetzt ist er durchgegangen der hand ja jup praktisch wo ne 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 der hand ist gerade wir haben das gerade ah mann komm doch rein ok ich lass mich dann sterben falls der hierher kommt ja warum ja du hast doch high priesters gezogen oder nein das ist ein cool ach mann langweilig die entsteht ja wie so ein affe ja der ist doch da hinten am ende des ganges ok von mir aus gut gut sie fix so dann wissen wir es wenn der rüber kommt ist noch ein sensor hier hey der ist gar nicht durch das ganze salz hier gelaufen weil wir mit der tür so doof antiert haben nein weil ich außen rum gegangen bin dann ist der arschkix mir hinterher gelaufen achso der ist dir nachgekommen ok ja also ich habe hier sensoren das heißt wir wissen dann wenn der zu uns kommt ja ok fertig dann zieh weiter hey geht's du pupsgesicht eierkopf doof was denn jetzt wieder dieser pups dieser pups war ein pupskopf gibt mir schon wieder ein halbfüß schlimm mit dem pfuhl oder wohnenkopf was denn war die hinter dir oder was ich hab gar nichts gesehen ich hab die erst mal nicht gesehen diese arschkirche du hast dich wohl kiki erschrocken warum knallt ihr mir die Tür so warum knallt ihr mir die Tür so ich hab sie wieder aufgemacht nö 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 dieser pupskirche das ist ein richtiger pflegel ist der das ist ein pflegel ja das wüsste jetzt ja ein bisschen ne pflegel ist sowas wie auf englisch puk was ist ein prick ok prick kennst du auch nicht ok das ist lustig der geist ist noch hier und er geht gerade der geist ist gegangen pflegel ist einfach so ein schmierlump wie schmierlump ja was ist es denn sonst schmierfing so ein kleines kopf schmierfing fängt wasser zu nehmen das ist so ein vogel äh wir sind jetzt ein bisschen zu weit die karten durch ja sind die alle schon fertig ok dann können wir gehen wie jetzt schon ja ja ich will aber nicht ich will doch nicht ich will doch nicht ja wir gehen doch jetzt gleich wieder wir machen das doch noch zweimal hier alles ein glück mal gucken ist der ist der gerade am handen oder nicht nö ist nicht am handen i wish for sunrise ah jetzt funktioniert's guck mal wie schön sunrise ein phantom hatte man ne ja war das grad der geist oder hast du die hier mitgebracht ach du hast die hä jetzt funktioniert die hier drin früher war das ja ja mit rechtsblick wenn du die nirgendwo echt krass das ding aber man hört sie immer noch hier in der map die sind als krass er hat ja die kam zu jetzt kommen die außen macht die extra die macht nur action die ich glaube ich habe die gar nicht die ist doch im truck scheiße die kann man draußen nicht benutzen diese einfach zu mir gekommen und hat auf mir angefangen zu handeln du bist dort nein ich bin hier im büro unter dem stuhl ich glaube sie ist fertig oder zum glück hatte ich in der hand sonst wäre ich tot gewesen nur der hat mich fast auch umgebracht der smutsch weißt du was bleib schön beim geißen springen das kaffee kuchen ich wollte wissen ob der back mit der klingel noch so ist weil früher war es so wenn du die hier draußen geklingelt hast hast du nur in der map gehört deshalb war ich drin so mag mein knochen er gut ja die wollte bei mir mal auf knochenfühlung gehen die schlimmer wie nacht gespänzt schwörst du habe ich auch nicht so ist ein fernzimmer mein gott wir haben doch wohl nicht gemacht meine aufgabe ich bin level 100 gz federfee mit kata seinem account habe ich wer gepennt ja das ist kikis aufgabe ich will auch spielte aber zu sehen verlass ich gehe kurz da macht ein geste ich alles wegen prestigie ich auch jetzt ist ja schon schlau ja man sollte immer beim challenge mode kurz vorher prestigen dann wollte das küken ist ein bisschen sicher leiser stellen naja ist zu spät ja ja soll ich machen man kann es ja machen werden wir vorbereiten so es ist parabol wieder kiki das ist nachher deine aufgabe ok mit dem parabol johann ist wieder dabei so wir bereiten kurz vor bis gleich du bist ja auch in der schien nix ihr habt jetzt nicht der eigenräumte pupsis das ist doch nicht weit hier die sachen einzuräumen wenn du so ein laumasch bist meine güte das eine mal wenn ich hier am eingang gehandelt werde weißt du ist da kein versteck in dem büro ich habe mir mich einfach nur hinterm sessel versteckt da warum ist denn da kein versteck ja das ist ja aber doch ja ja jetzt ist ja panik ich habe mein feuerzeug vergessen der geist bei den waschmaschinen das ist lustig küken tuner bitte nachher nehmen mein smutsch ein feuerzeug dazu i have a question i have a question unsere question ist hier steht chat aufgrund von scrollen angehalten ja musst du runter scrollen einfach scrollen das klingt so niederländisch scrollen der kürt bestimmt muss holland ja gerade wie ein airball vom küken also hat sich mal was schreiben weiter schreibt ja doch noch mal cross scrollen ja guck einfach zwischendurch mal rein kann sie auch zwischen den runden mal reinschauen so wo ist der geist wo sind die waschmaschinen du musst jetzt hier hinten hingehen in den courtyard hallway da braucht der breakers und dann läufst du ganz geradeaus durch bis zum ende der raum der ist das ich mache da jetzt gleich auch die ports ob und hat licht an licht ist an oh wir haben ob aber nicht in der firma nicht in der firma nicht in der firma da wo auch die küche ist leer laundry ah der knochen ist in der nähe vom geist glaube ich weil da ist auch der laundry bereich ich glaube das ist da wo der geist ist in der nähe einer der räume der anliegt ach hier wo die waschmaschinen warte warte ich komme airball goodbye bei mir funktioniert das immer ich weiß nicht warum das bei euch nie klappt doch bei dir ist das ganz selten vielleicht ist das auch so ein hosting aber küken denkt man mir da nachher ein feuerzeug hinzulegen ne so eine kamera ist schon im raum wo ist denn hier ah laundry room oh ok 23 ah hefteboot ach du hier hefteboot die kiki hat den schon gefunden gern verteilen wo der geist ist küken rechts rum hier rechts rum und dann links ah der laundry und dann hinten einfach geradeaus durch kiki ist der knochen im geisterraum ja siehste habe ich mich schon gedacht hier ist der breaker und da läuft jetzt einfach bis zum ende aus durch wo ich bin sie noch siehst du weiter durch das real durch und dann rechts genau geh durch das regal durch versuch das mal hier so hier das ist der geisterraum und zahnstocher ja der zahnstocher ist hier komm geist lauf mal bitte hier rein ich habe aber keine pillen genommen egal wann ich das ah piepuch muss man pillen nehmen muss man seine die pillen nehmen jetzt nein noch nicht nein noch nicht erst später beim summoning cycle ok wir haben kein UV der küken sagt man muss pillen nehmen echt kein UV die zählung ist geblasen das hat er vielleicht aber gecheckt ne das heißt kein mimic vielleicht ein foto braucht ihr noch so kiki wir brauchen dann noch eine emf dahinten es ist ja schränkchen frei das weiß ich nicht musst du gucken mir liegt eine tasche in was heißt denn ich bin blöd nehme ich eine leere salzfleisch mit hm kiki oh kiki nur ein salz da rein tun ne der rest ist für den ghost highway ok du spät auch mal kiki ich rette das ich könnte schnell viele fotos hier machen was wollen wir eigentlich meckerfried nein die fotos machen wir doch schon mit den äh curse possessions der hatte Pech gehabt so ganz einfach kiki immer nur ein salz in den ghost room jo nächstes mal weiß schon ja ihr seid knallköpfe du bist der oberknalltyp knall hier die sagen immer wenn du spätestens ich lege dir hier das salz hier bei dem äh speckraum da bei der laterne hin ah ja er macht das die ausgeschaltete laterne da ist noch ein volles salz da kannst du mit dem leider irgendwie aushalten das ist leider nicht viel aber ja ok äh äh nehmen wir das mit ein thermo haben wir noch nicht da kiki ne ne dann bring ich noch ein EMF kiki komm du hier ein parabol abholen ne wo am eingang da da liegt noch ein parabol bring das auf jeden fall mit ne ach so ja ich muss ja machen ja 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 und dann kannst du noch ein buchgesicht mitbringen und so und dann kannst du das parabol nebenbei abfahren ja 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 und dort wenn du noch platz hast von dort ich bin schon mal ein EMF rüber und eine spritbox und ein thermo und diese schmatsch sticks ey ich werfe die sich aus dem fenster ja du musst aufrecht gehen wenn du die hast oder die eben wächst ja 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 kein Kann es nicht sein mit der Kombo, die wir haben. Okay, könnte ein Raichu theoretisch sein? Wir müssten mal gucken. Also, wir haben kein UV und keine Spiritbox. Yurei, Raichu, Thay. Show yourself. Gib was ist ein. Are you here? Ich glaube, Yurei hätte Freezing. Oh, cool. Der hat hier die Tür aufgemacht. Das finde ich cool. Ah, jetzt die Raumtür. Nee, hä? Ich dachte, er hat gerade die Raumtür. Ja, okay, perfekt. Was haben wir noch? Yurei, Raichu, Thay. Stampfi. Na, er ist da. Haben wir Dots? Dots haben wir und Orbs bisher. Ich habe gerade... Aber keine UV und keine Box. Soll ich eine Fotoparatilien lassen? Nee, nimm den ruhig mit. Wir machen ja gleich das Geisterfoto. Leute, ich habe gerade eine Surround Sound Eindämpfungsanlage gebaut. Wisst ihr, wie ich das gemacht habe? Ich habe meine Kaputze angezogen. Und jetzt höre ich nur noch von Spielsachen und von euch. Und ich höre nichts drumherum, weißt du. Ich habe angezogen. Hast du dir so ein Kopfstudio gebaut oder was? Ich bin halt ein Gymsasiast. Ich habe noch hier so Dämmmaterial. Das kannst du da dann noch reinstecken. Gymsasiast. Ich bin Gymsasiast. Okay, den Geist können wir eigentlich mit einem Handeasy rausfinden. Also, Kiki, komm zum Summoning Cycle. Du machst den ja gleich wieder an. Kücken, hast du mir ein Feuerzeug da hingelegt zu den Smudels? Ja, dann habe ich sogar extra gedacht. Okay, ja, perfekt. Ein extra Smudge ist auch hier beim Geist, ne? Also beim Summoning Cycle. Ich brauche... Ich muss auch ein Feuerzeug für mich holen, Kücken. Mach, 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 mach. Mo, Mie. Ach, hier ist das Salz. Okay, ich habe euch das Salz gestrahlt. Ich mache mal hier einen Dots hin, falls wir einen Dotsand kriegen. Okay, das heißt, es ist ein bisschen redundant zu hören. Bring mir noch ein Feuerzeug mit. Ähm, ja. Ja, du Feuerzeug. Wo ist denn mein Feuerzeug? So kann ich euch nicht protectieren. Ich habe das. Ich, ich habe das. Boah, Leute, ihr seid solche Pupsis. Ey, ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich brauche ein Feuerzeug. Ja, das habe ich auch da hingelegt, aber Mama hat das geklaut. Ja, toll. Die Taro-Taro vermeiß ich wieder da hinten hin? Soll ich dir gerne sonst anzünden? Du kannst die auch mit einer Laterne anzünden. Theoretisch, das geht auch. Mit einer Laterne, die anders. Hast du gefährlich. Ist doch nicht gefährlich. Das ist genau die gleiche Mechanik wie mit dem Feuerzeug. Er hat mir vorher gesagt, da hätte ich das Feuerzeug hingeschmissen. Hast du jetzt auch extra ein Feuerzeug noch hier? Noch eins. Warte, ich bring kurz die Monkeypore hier an die Theke. Mama, noch nicht anzünden. Mama ist hier in der Tür. Ja, aber ich habe kein Feuerzeug. Hier liegt das Schnellgel. Ich kann nicht, ich habe keinen Sprint. Scheiße, den töten wir uns gleich alle. Scheiße, wo ist das Feuer? Wo ist es? Mama, du bist ein Arschkeks, weißt du das? Habe ich gerade eine Tür gehört? Abbruch, der Hand hat. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Du holst gleich einen handenden Geist da rein. Abwarten, bis der Hand vorbei ist. Ich gehe mal gucken, ob ich ihn erkennen kann. Du hättest die Sanity vorher nehmen müssen. Ja, das ist lustig. Okay, yes. Give me the parabolic microphone. I'm done. I'm done. Da hinten flackert alles im Geisterraum. Ich mache die Ed. Kiki, hast du nicht die Sanity genommen, bevor du angezündet hast? Ja, ich habe verjetzt. Die musst du vorher nehmen, weil jetzt hat er nämlich vorzeitig angefangen zu handeln. Das hat aufgehört zu flackern. Kannst du sie noch nehmen jetzt? Ja, nimm die jetzt. Und dann zündest du den Rest an. Hat aufgehört. Ja. Jetzt hat die. Du guckst das Licht da hinten an, dann komm her, nimm die Sanity und mach die restlichen Kerzen an. Aber ich finde die Tür nicht, ja. Ja, du hattest zu wenig Sanity, deshalb hast du die letzte, glaube ich, nicht anbekommen. Doch, die hätte ich anbekommen, die habe ich nicht angemacht, weil du gesagt hast, das ist abbraucht. Ja, weil er angefangen hat zu handeln. Dann nimmst du die Sanity und mach die letzte dann an. Ich bin bereit für die Teamarbeit. Ich bin immer so aufregen. So, jetzt geht los. Achtung. Und. Umi. Uuuuuh. Oh, ich glaube, das ist ein Faye. Die ist schnell. Sonst smooch ich ihn noch nochmal. Beziehungsweise sie. Hilfe. Irgendwie ist das einfach mir rauf, Arschkeks. Ich wollte uns besuchen kommen. Das ist auch die gleiche Geschwister. Deshalb hat sie auch vorzeitig wahrscheinlich angefangen zu handeln. Weil sie kann early handeln, wenn er jung ist. Die kann ab 75 handeln. Und wahrscheinlich waren wir schon im Durchschnitt irgendwo bei 60 oder sowas. Und deshalb hat sie da schon angefangen zu handeln. Es kann sein, dass das jetzt passiert ist. Ein Reitschus ist, glaube ich, nicht, oder? Ein Reitschus. Ist kaputt. Unten ist nix, ne? Bei der Treppe und so, ne? Da ist nix elektronisches. Ne, ne. Ja, dann Küken, wo sind die Smoothies? Hier. Hier, der Küken, Karten ziehen. Kiki, das Küken muss noch hier Karten ziehen. Ich auch, ne? Ne, ne, für Kata seinen Account. Komm, man muss noch ein Highlights. Der Highlight der Runde, okay? Ja. Nach Mattes. The Devil. Das Küken. Die Animation von der war auch noch schnell. Lustig. Das war gar nicht aus. Das ist ja nicht lustig, Leute. Doch, das ist lustig. Sybil auf Fortion ist aber nicht mehr lustig. Rot auch noch. Ja. Oh mein Gott. Bist du tot? Ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich hab den Hankman früh dargegeben. Hä? Ja, wow. Ich hatte es nicht. Lustig. Wow. Kleiner Handkopf. Messer in die Tür ab. Da komm mal rein. Warte zu. Knollekopf. Also ehrlich. Schönenjagg in Biefen. Der der Dino hängt. Was soll denn damit? Ah, sie kommt. Küken die Appelsversteck. Du wirst die Club auf die Rollen hereinwerfen, du. Das war ich. Außerdem sind das Bandagen. Jetzt seh was. Du bist auch eine Banane, du. Oh mein Gott. Ich dachte, der Käse wäre ein Buch. Fertig? Nö. Es ist schon da in den Keller. Da soll es auch bliefe, du. Da eine Spritze vor euer Brötchen. Ich mach jetzt auch schon raus. Wenn du mich schlusserlisch bäscherb. Na, der Kütze, der Kütze. Da liegt der ganze Kladder in dem Schrank, ey. Wieso die Spenze? Haben wir halt aufgehört, Leute. Jetzt hat er aufgehört. Mein Gott, ey. So, ab, nix, wie raus. Ja, der Kütze ist noch Karten zu sehen. Wie? Ah, Mama. The Sun Full. Was? The Wheel of Fortune Road. Ach, Arschkeks. Tschüss, Sanity. The Wheel of Fortune Road. Ach, Arschkeks. Ach, nee. The Tower auch. Wow. Und the Devil Pool. Ach, Mann. Okay, dann raus hier. The Wheel of Fortune Road. Ach, jetzt sind sie leer. Oh, ja, ne? Fortune's. Haben wir alles auch? Alle auf, Jan? Nee, weißt du? Glaube schon. Ich glaube nicht. Okay, sie hantet nicht. Musst wir nur, muss wir nur. Guck mal im Truck nochmal, ob wir alles haben. Gib uns wie die... Reisch. Du musst die Monkeypaw, ihr Pferdeting. Nice. Wow, Mama, was machst du da? Oh, oh, hau ab, lieber. Hau lieber ab. Mein Gott, ey. Kiki, was hast du mit der Monkeypaw vor? Ich wollte mal handen lassen. Und du weißt nicht, wie das geht. Hast du das auf Englisch gestellt, das Spiel? Dann musst du aber mit der Monkeypaw in der Map sein und einen Wunsch sagen. Ja, lass mal. Ja, dann nicht. So, welcher Geist ist Ware? Das sieht aus wie ihr im F5, ey. Welcher Geist? Warte mal kurz, warte mal kurz. Ich hab ich gesagt. Ich glaube, das da ist... Okay, wisst ihr was? Dann sag ich's eben nicht. Frisch. Ja, und... Das wird geil. Sorry. Ich trage ein Schuh ein. Das Küken, das hört mir ja nicht zu. Boah, du Arschkeks. Letzte Drücke, ey. Ich hab EMA5 gesehen. Ich hoffe, das stimmt. Ja, gut. Gut, dass das EMA5 noch auf dem Board war. Ja, so. Letzter Drücke eingetragen, du. Ja, wenn ihr mir nicht zuhört... Ja, da mit der Bimbel, der Bimbelkopter. Bimbelkopter. Bimbelröckchen, bimbelimbelim. Bimbelröckchen, bimbelim. Leute, macht doch kein Sch... Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bist du nichts mehr. Boah, Mama, ich streame hier. Oder warte mal.